Und Glastow ist schon durch das ist, aber es ist eine sehr gute Ausgabe, sehr gut in die Zeit. Und das hat auch immer wieder ein Wohl. Das war ein Glastow-Spieler, mit einem Mutti-Frei, aber auch vollkommen. Drei Punkte für die Aspekte. Ich möchte euch mal wiederholen. You are a very calm announcer family. I'm just going to say, I like your words. Maybe you should be a little bit more excited. This is the first game in Arena Berlin. Since more than a year. It's a year. It's a year, it's pretty much a year. A year of a... Last time you saw it was over. The first pitch of last time. Last time you saw it was over. Last time you saw it was over. Last time you saw it was over. base. When you saw it was over. I'm just happy if I'm not gonna play with her. She's got a little help. She's got it. She's got it, but she's gonna fight. Not a little. With glass open, you're right. Und ich wollte auch sagen, dass ein paar A-Team-Player von Glasgow auf ihrem B-Team und Berlins B-Team gegen ihren B-Team in Nantes ein paar Monate zu spielen. Das letzte Mal, dass beide Mannschaften sich begegnen sind, war in Frankreich vor knapp einem Monat. Da haben die B-Teams bei der Mannschaft gegeben, und ich glaube, wie ist diese Begegnung ausgegangen? Berlin won. Okay. Well, Marcel Ballen ist auf der Mitte der Platz, aber Rotation und Looks both did such a good job. Und Racing after her, they got in front of her. And we're able to stop her again. And we're able to stop her again. And a double! Come on, forward! One, two, three, switch! Highspunk! Highspunk! forward! I'll start a raise my littleоту. Was so RUSSIA this 28-0-0-2? Highspunk! 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 Und falls uns doch gleich noch was tun, wir kennen ja die Elektronik manchmal so, manchmal so, dann steht das jetzt ganz offiziell 31 zu 23 für Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.